Ja, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich bin heute bei der Gudrun und ich möchte noch ein paar Worte zu Gudrun sagen. Ich kenne sie jetzt schon seit mehreren Jahren und was ich sagen muss, sie begeistert mich immer wieder erstens mit ihrer Lebensfreude, mit ihren bunten Farben, dann wie sie die Kurse gibt, ihr Expertenwissen über Musik und ich durfte ja auch schon mal Kurse erleben. Und was mich da immer so freut, ist immer so die kleinen Details, die sie sich überlegt. Das ist, also man merkt so viel Freude, so viel Herz dahinter und die Wirkung kommt sofort rüber, auf die Kinder, auf die Eltern, auf die Erwachsenen. Und deswegen war ich neugierig und wollte sie heute mal besuchen in ihrem Zentrum, das Musiwana, also Musik von Anfang an, um ihr ein paar Fragen zu stellen. So Gudrun selbst, sie ist eben Musikexpertin, sie ist elementare Musikpädagogin, hat studiert, sie spielt Querflöte leidenschaftlich und hat ihr das wirklich alles vom Herzen, vom Stock auf gegründet und aufgebaut. Und da ich ja weiß, dass ihr Leben lang schon mit Musik herum experimentiert und das macht, wollte ich jetzt ein paar Fragen stellen. Deswegen danke, dass ich da sein darf. Möchtest du noch was hinzufügen? Danke, dass ich mit dir reden darf. Nein, es gibt nichts zum hinzufügen. Passt alles. Okay, die erste Frage, die ich an dich stelle, ist, Musik macht ja Kinder stark und das von Anfang an. Was kannst du mir so sagen oder was kommt dir als erstes, warum das so ist, warum die Wirkung sofort auf Kinder oder Erwachsene rüberspringt? Ich habe mir da immer wieder mal Gedanken gemacht, warum das so ist, aber ich glaube, die Musik hat was Zauberhaftes an sich. Und dadurch, dass die Kinder sowieso ganz dieses Ursprüngliche noch haben oder auch noch ganz rein sind, sage ich einmal, ist das natürlich bei den Kindern, kommt das einmal viel schneller an als bei uns Erwachsenen. Und wenn man sich als Erwachsener so zurückerinnert an die Kindheit, also in meiner Kindheit war das so, die schönste Erinnerung ist, dass meine Mama mit mir gesungen hat. Also, dass wir Kinderlieder tagtäglich einfach gesungen haben. Und auch wenn ich andere Erwachsene frage, ist das oft so das Erste, dass sie sagen, ja, meine Mama hat so viel mit mir gesungen oder mein Papa hat auch so viel gesungen. Aber das ist anscheinend so etwas Natürliches und so etwas Ursprüngliches, dass das, das ist ein Muss. Und auch wenn man ein eigenes Kind hat, ist das eigentlich fast das Erste, wenn das Kind unruhig ist, dass man es mit Gesang einfach beruhigen versucht. Es geht gar nicht ohne Singen und ohne Musik. Wow, das ist für dich quasi selbstverständlich schon geworden. Also, was waren deine ersten Erlebnisse mit Musik? Das Singen mit deiner Mutter oder woran kannst du dich erinnern? Vielleicht so eine Szene oder irgendwas? Ja, wir sitzen am Küchentisch, ein ganz ein altes Kinderliederbuch, ich glaube mit zehn Kinderliedern drinnen und meine Mutter mit der Gitarre und wir dürfen uns wünschen, welches Lied wir singen dürfen. Da war Hänzchen klein, Fuchs, da ist die ganz gestohlene, die ganz normalen alten Kinderlieder. Und meine Mutter hat extra die Akkorde auch dazu geschrieben, hat auch extra Gitarre lernen angefangen. Echt? Ja, und hat mit uns die Lieder gesungen. Kannst du daran erinnern, wie alt du da warst? Es könnte so, ich glaube so vier Jahre, weil meine Schwester war schon auf der Welt, die war noch nicht so klein. Also es dürfte so um die vier Jahre alt gewesen sein. Also schon sehr früh. Ja, 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 also bei uns ist immer gesungen worden, im Auto, immer. Wann hast du angefangen, dein erstes Instrument zu lernen? Ich weiß ja, dass du selbst auch Instrumente spielst. Ja, das erste Instrument war Klavier. Echt? Es war, ja, ich kann mich erinnern, also ich bin in Wien aufgewachsen, die ersten sieben Jahre und in unserer Wohnung ist dann bald einmal ein Klavier gestanden, das meiner Mutter so wichtig war. Und ich war, ich glaube ich war sechs Jahre oder fünf Jahre, ist ein Student zu uns gekommen und hat mit uns halt einfach spielerisch Klavier einfach mit uns, also gespielt. Oder, also ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, es war einfach sehr spielerisch. Und dann ist erst, wie wir dann nach Graz gezogen sind, ist dann einfach die Blockflöte, also ganz traditionell. Also cool, Blockflöte. Ja, Blockflöte. Das ist eh super. Ja, ja. Okay, mir würde aber interessieren, warum du dich dann entschlossen hast, das als anfängliches Hobby, glaube ich mal, das dann wirklich in dein Leben zu integrieren, einen Beruf draus zu machen, wirklich ein eigenes Business, ein Unternehmen zu gründen. Was war für dich so dieses, wo du gesagt hast, boah, das möchtest du, das ist so viel Feuer, das musst du unbedingt weitergeben. Hm, das ist so eine Auf und Ab Geschichte, weil... Hören wir gerne. Ja. Ich bin eigentlich, also zur Querflöte zum Beispiel bin ich durch Zufall gekommen, meine Mutter hat mir zum elften Geburtstag einfach eine Querflöte geschenkt und hat gesagt, du, ich glaube, das wird gut für dich passen. Dann habe ich auch, also relativ liebe, gute Lehrer gehabt, habe dann, dann war die Frage, also wie es dann von der Unterstufe in die Oberstufe dann, von der Schule her gegangen ist, in welcher Oberstufe ich gehe. Und meine Mutter hat dann, also meine Mutter war so ein bisschen die treibende Kraft, hat dann auch gemeint, naja, jetzt spiele ich schon so lange Querflöte. Ich war auch damals an der Hochschule für Musik und Darsteller und Kunst und sie hat dann gemeint, naja, probierst halt das Musikgymnasium, wenn es nichts ist, studierst du halt was anderes. Und das waren so meine Anfänge. Wie soll ich sagen, das war auch ein Drama, weil ich habe auch eine Querflötenlehrerin gehabt, die hat mich gemobbt. Also die war eigentlich ein kleiner Drache. Ich habe, ja wirklich, das war, ich bin fast jede Woche, wirklich jede, fast jede Woche weinend heimkommen und, also, mich wundert es heute noch, warum ich diese fünf Jahre einfach auch wirklich so durchgezogen habe. Aber, ich habe dann, das war so vielleicht mit 16, 17, so einen Ruf, oder ich habe so einen Herzenswunsch gehabt. Ich habe, ich habe gut mit Kindern können und ich habe gewusst, ich möchte, ich möchte nicht Querflötistin werden, aber ich möchte irgendetwas mit Musik und Kindern machen. Und bin dann in einem Jugendchor gelandet und der Chorleiter hat mir dann einfach gesagt, du, da gibt es ein Studium in Linz, magst du das nicht machen, ich glaube, das ist vielleicht ganz gut, so wie du, was du halt erzählst. Und ich bin dann nach der Matura, wirklich nach Linz gegangen, ans ehemalige Brugner Konservatorium und dort war das, eine neue Welt. Also, das war für mich, von der Musik her, von der Körperwahrnehmung, von der Persönlichkeitsentwicklung, das war für mich wirklich eine neue Welt da oben. Und da hat sich für mich wirklich alles aufgetan und da habe ich gewusst, ich muss was mit Musik und Kindern machen. Und bin dann auch im letzten Jahr schwanger geworden und bin nach Graz zurückgekommen und habe das abgeschlossene Studium und es war immer noch da, dieser Wunsch. Und habe auch eigentlich auch neben den Kindern, also ich habe dann noch zwei, also insgesamt drei Kinder bekommen, auch immer ein bisschen so nebenher einfach unterrichtet und musikalische Früherziehung unterrichtet damals. Und ja, und bin gegen viele Widerstände gestoßen, kann man sagen. Jeder hat gesagt, was ist elementare Musikpädagogik, was kann man damit machen, mit Kindern singen? Und das war damals auch so, ab vier Jahren hat man erst mit Kindern gesungen. Was man vorher macht, ist... Ja, also das war nicht gang und gäbe. Und ich habe dann... Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, nicht? Ja, du, und man hat auch, und das Lustige ist auch, es war auch mit Xylophonen und Glockenspielen, man ist am Tisch gesessen und... Und das hat mit Xylophonen und Glockenspiel mit den Punkten draufgespielt. Und das ist aber von unserer Pädagogik her, die ich dann auch gelernt habe, komplett anders. Weil da geht es wirklich um die Körpererfahrung und das habe ich alles mitnehmen können. Und das hat mich wirklich zutiefst berührt und auch zutiefst, ich sage jetzt einmal, auch aufwecken lassen. Das war wirklich so wie eine Nussknacken. Die harte Schale, oh, Musik ist immer Leistung und ist immer, ah, man muss besser sein. Und da ist dann wirklich so die Nussschale aufgegangen mit, wow, das geht so richtig ins Herz hinein. Und boah, du kannst dich zur Musik bewegen und jede Musik ist eigentlich anders oder drückt was anderes aus. Und was macht das mit dir? Und wir haben da auch im Studium ganz viel reflektiert drüber. Und so war das dann irgendwann einmal auch klar, dass ich, also auch nachdem ich ja mit meinen eigenen Kindern viel gesungen habe, dass das eigentlich mit kleineren Kindern auch geht und dass ich das unbedingt machen will. Und das muss ich warnen, war gar nicht am Anfang da. Ich habe in einem Verein angefangen zu unterrichten. Und das ist dann eigentlich von drei Kursen zu zwölf Kursen geworden. Und dann habe ich mir gedacht, so, eigentlich kann ich das jetzt allein machen. Weil ich war dann ein bisschen frustriert, weil einfach diese Rahmenbedingungen nicht mehr gepasst haben. Und dann bin ich ins kalte Wasser gekauft. Wow. Das heißt, du wolltest es freier machen und so wie du das erlebt hast, dass Musik etwas frei sein kann, nichts Perfektionistisches, ohne Leistungsdruck, sondern wirklich, da was dich berührt hat, möchtest du weitergeben. Genau. Und liebe Gudrun, wir sitzen jetzt ja mitten hier, auch wenn man es jetzt nicht sieht, in einem schönen Zentrum. Und darauf kannst du wirklich sehr stolz sein. Ich weiß jetzt gerade gar nicht die Jahreszahl, aber es sind schon... Im September werden es neun Jahre. Wow, neun Jahre ist eine magische Zahl, finde ich. Und was ich gerne so wissen würde, hast du so vielleicht ein paar berührende Moment oder Geschichten, wo du gesagt hast, boah, dafür lohnt sich das. Und ich weiß, dass Musik einfach so wichtig ist. Ganz viele, ganz viele. Also mit den Kindern ist fast... Die kommen ja jede Woche sozusagen zu mir in einen bestimmten Kurs und da gibt es eigentlich fast jede Woche so herzerwärmende, liebe Momente, eben wo man wirklich sagt so, danke, wenn wir im Polsterkreis sitzen und das Kind schon nicht mehr erwarten kann, dass wir endlich anfangen und das Kind aber ganz alleine noch im Kreis ist und alle anderen Kinder noch fehlen und ich dann sage, du, wir müssen doch ein bisschen warten, warte noch ein bisschen. Aber eine Geschichte und die werde ich, ich werde sie, glaube ich, nie vergessen, das war ein dreijähriger Bub und wir haben Zirkus gespielt. Da gibt es ein Zirkuslied und ich habe mir verschiedene Attraktionen ausgedacht. Die starken Kinder, wo wir die Polster gestemmt haben und Seildänzerinnen, wo wir auf den Seilen getanzt haben und eine Attraktion war mit Klanghölzern, das waren meine Holzmännchen. Und mit diesen Holzmännchen, ich habe sie einfach ein bisschen entfremdet und ich habe gesagt, na, was kann man alles mit den Holzmännchen machen. Wir können nicht nur, man kann nicht nur auf ihnen klappern sozusagen, wir können auch stampfen mit ihnen und sie umfallen lassen und rollen und Türme bauen. Und das war sozusagen, das waren die Holzmännchen und der Bub ist dann in einen echten Zirkus gegangen und der Zirkus war zu Ende und er fragt seine Mama und sagt, ja und wo waren jetzt die Holzmännchen und sie hat mir das erzählt und es ist jetzt schon Jahre her und diese Geschichte werde ich, ich habe Tränen in den Augen gehabt, weil ich mir gedacht habe, der hat den Zirkus wirklich miterlebt und diese Holzmännchen waren keine Klanghölzer, sondern wirklich Holzmännchen und er hat den ganzen Zirkus lang auf die Holzmännchen gewartet. Und das war, also es gibt viele, viele andere Geschichten auch so, ja, dass sie einfach die lange Zeit, wenn es zum Beispiel einfach Ferienzeit gibt, dass sie es einfach fast nicht aushalten, dass sie nicht ins Musiwara kommen können und vor allem jetzt auch die lange Zeit, also viele freuen sich jetzt auch schon, dass sie wieder kommen dürfen. Ja, ich müsste Tage erzählen von den Geschichten. Können wir ja machen, es kann ja Step-by-Step-Geschichten geben. Genau. Aber du würdest sagen, Musik regt zum Träumen an, zum Fantasieren, oder warum ist es so wichtig, auch für die inneren Räume oder kannst du da, für die Kinder auch, weil man könnte ja auch einfach sagen, keine Musik stellt das mal vor, ein Alltag ohne Musik. Ein Alltag ohne Musik, oh Gott, das wäre für mich persönlich kein Leben. Die Kinder natürlich, also bei den Kindern merkt man schon, man kann, eine Mama hat mir erzählt, sie hatte vorher, sie hatte kein Bedürfnis nach Musik hören und sie ist mit einer Freundin einfach in den Kurs mitgekommen und das Mädchen hat erstens nach den Liedern daheim verlangt und hat auch danach verlangt, dass es Musik zum Tanzen gibt. Und da ist sie dann irgendwie so aufmerksam geworden und hat gesagt, oh, ich habe gar kein Radio, so, oh, Ö3 möchte sie nicht hören oder einfach Radiostationen, was kann ich hören? Und da hat sie mich dann wirklich gefragt, du, was gibt's, was kann ich mit dem Handy machen, wie kann ich dem Bedürfnis meiner Tochter nachgehen? Und also, wenn die Kinder in Berührung kommen damit, dann ist es fast automatisch, dass sie zu Hause sitzen und früher oder später eine Melodie rauskommt oder sie einfach im Spiel sich mit Melodien einfach auch begleiten und es muss ja auch gar kein Lied sein und dadurch, dass wir es auch so frei haben, es gibt kein richtig und kein falsch und es gibt, ja, und Hauptsache Spaß und einfach positives, begeistertes Erleben, sind die Kinder auch ganz, ganz offen dafür. Also das ist auch, sagt auch der Gerald Hütter, dass je begeisterter die Kinder sind, desto mehr lernen sie und desto mehr wird auch eingespeichert und ich erlebe das bei den Kindern von, wirklich von wenigen Wochen bis zu sechs Jahren habe ich da in Musiwana und die Kinder auch, man glaubt sich, auch die kleinen Babys sind auch, wenn sie die Lieder hören und vor allem, wenn sie es einfach mit dieser Wiederholung hören, erinnern sie sich dran und sind auch, oder sie kommen herein und sie wissen dann schon, ah ja, wir sind da und es geht auch wirklich um diese Wiederholung und dieses, wir haben ganz viel Wiederholung und das macht es auch aus und auch dieses Freie und Lustige und einfach das Kindliche und das, das, das spricht einfach die Kinder dann einfach an und dann geht das automatisch, da muss man, da muss man nichts tun dafür. Ich glaube, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich die Wiederholung und du wirst jetzt lachen, aber heute Morgen habe ich mich an meinen Traum erinnert und habe mich daran erinnert, wie jemand in meiner Taufe mich schaukelt das war ein ganz komisches Lied, aber ich habe mich heute Morgen daran erinnert, dieses Lied und habe gedacht, was ist das, was ist das und habe mich daran erinnert, das ist von meiner Kindheit und es wurde immer für mich gesungen, ich kenne es halt vom Video aber ich weiß nicht, ob ich mich auf das Interview vorbereitet habe, keine Ahnung, aber das kam mir heute und es hat mich sofort berührt und mich geborgen fühlen lassen, habe gedacht, boah, da ist ein Musikstück, was in mir verankert wurde und das ist auch das Berührende. Jetzt möchte ich aber dich noch fragen, liebe Gudrun, hast du Tipps und Tricks für Eltern, wenn sie sagen, boah, na, ich trau mich nicht und sing sowieso nicht, das ist schrecklich, das ist peinlich, ich kann nicht singen, was sagst du da? Hast du da so einen Tipp, wie man da anfangen kann? Ein Tipp zum Singen oder einfach zum Beginn? Einfach beginnen, einfach singen und die Kinder hören nicht dieses, viele Eltern sagen, ich singe ja nicht, also viele Eltern, ich höre es immer wieder, ich kann ja gar nicht richtig singen, aber die Kinder hören das nicht, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Es gibt natürlich manchmal schon die eine oder andere Begebenheit, wo ich mich wirklich entschuldigen muss bei den Eltern, manche Kinder hören es, dass die Mama einfach vielleicht nicht ganz richtig singt und sagt, du singst nicht so schön wie die Mutter. Sag ich ja! Sag ich ja! Ja, das tut mir dann immer so leid, aber ich habe Mamas erinnern, die singen, die singen in Variationen, sagen wir immer, aber sie tun es mit einer Inbrunst und diese Inbrunst oder diese Leidenschaft oder diese Freude merken die Kinder auch. Und das ist, wenn sie einfach, wenn sie singen wollen, dann sollen sie singen und ob es jetzt richtig oder falsch ist, das ist ganz egal, es geht um diese Zuwendung und auch diese Stimme und nicht nur die Sprechstimme, sondern einfach die Gesangsstimme und ob die jetzt den richtigen Ton trifft oder nicht, ist einem Baby wirklich ganz egal. Also hast du da Erfahrung gemacht, dass sich die Eltern dann auch trauen nach einer Zeit, wenn sie am Anfang gesagt haben, ist nichts für mich, sing du mal und schauen ihr vielleicht nur zu von der Weite? Ja, ja. Viele sagen mir, sie haben vielleicht auch ein kleines Trauma von der Kindheit, weil sie einfach als Brummer abgestempelt worden sind und dann im Chor auf die Seite geschupft worden sind und dann da mit ihrem Kind es einfach wieder abbauen mögen und ich zwinge in den Kursen zum Beispiel niemanden zum Singen. Ich sage, ihr dürft es gerne mitsingen, manche singen leise, manche singen laut, manche vor allem meistens auch oft bei den Papas, die da einfach Hemmungen haben und ich kenne einen Papa, der hat zum Beispiel, ich habe ihm gesagt, du musst gar nicht mitsingen, Hauptsache du bist mit deiner Tochter da und hast einfach diese Zeit mit ihr und ich glaube schon, dass er zu Hause mit ihr singt. Er traut sie einfach vielleicht gar nicht singen. Vor Annachen oder so. Ja, natürlich kann das auch eine Hemmschwelle sein, aber im Kurs, wenn wir viele sind, singe ich meistens am lautesten und dann kann man einfach mit einstimmen und ich sage auch immer, mir ist es wirklich ganz egal, sie sollen mit Freude mitsingen und sie sollen diese Zeit genießen mit den Kindern. Aber Kinder singen schon, oder? Die machen sich nicht so viele Gedanken. Bin ich falsch? Bin ich richtig? Ich singe einfach. Also sobald man sie eigentlich nicht bewertet, sondern einfach freilässt, ist das ja eigentlich automatisch da, oder? Ja, automatisch. Und eben bei manchen, manche Kinder, die stimmen die Lieder haargenau an. Also da kann man auch sogar so, also mit wenig, also mit eineinhalb hat mir eine Mama schon erzählt, dass sie das Lied gehört hat, also unsere Rituallieder oder so. Und manche sind halt, ja, die brauchen halt ein bisschen länger. Und das ist auch so, es ist mit dem Gehör oder auch mit dem Gehen, ja, egal, oder? Aber eben, sie denken sich nichts. So ist es, das ganz Gleiche ist mit dem Gehen lernen. Ausstehen, hinfallen. Ausstehen, hinfallen. Und mit dem Singen ist das genauso. Und das ist das Schöne, dass die Kinder das von, wirklich von sich aus gleich tun und auch das Traurige, dass das manchmal einfach auch abtrainiert wird oder dass das einfach so, dass halt dann einfach andere von außen kommen und dann sagen, nein, du singst nicht so schön oder, äh, wie singst denn du? Und das geht einfach auch wirklich tief. Und das ist wirklich das Allertiefste. Also das, wenn man bei einem Instrument gehört bekommt vielleicht, ja, du spielst nicht so schön, ja, aber wenn man das bei der Stimme hört, das ist sowas Persönliches und mir tut das immer so weh, wenn das auch Erwachsene erzählen, dass das so, dass sie nicht mehr trauen, so viel verankert ist, gell? Ich kenne auch eine, die singt gar nicht mehr. Aber glaubst du, bei Kindern braucht es eine Vorbildfunktion? Also ist es schon cool, wenn die Mama und der Papa singt oder schon, oder? Wenn man das sieht, dass sie sich einfach traut und dass das integriert ist. Ja, ja, dass es auch so, dass es auch normal ist. Aber das ist auch so wie mit Büchern lesen oder mit Sport machen oder, also es braucht schon, ähm, die Kinder imitieren ganz viel. Und wenn die Mamas zum Beispiel eben keine Lieder wissen oder keine Lieder bei der Hand haben und die Lieder vom Kurs mit heimnehmen, singen die das auch gleich einmal viel leichter. Und dann singen sie auch, dann haben sie auch die Melodie im Ohr. Und dann müssen sie sich nicht irgendwie von einem Liederbuch das raussuchen, sondern sie haben es eh oft genug im Kurs gelernt. Einfach wiederholen. Genau. Also dein Typ ist einfach anfangen, sich trauen, einfach machen, Musik in den Alltag integrieren, ob es hören, singen, was auch immer ist, einfach frei und nach Lust und Laune. Genau. Und dann habe ich noch eine persönliche Frage, liebe Kultur, wie nutzt du Musik im Alltag? Hörst du dann, wenn du hier von den Kursen kommst, brauchst du dann erstmal Ruhe oder integrierenst du es dann trotzdem ab und an? Es ist ganz unterschiedlich. Also ich habe in den Kursen natürlich immer Tanzmusik und auch immer ruhige Musik. Aber in meinem Alltag merke ich schon, also ich habe meine Gute-Laune-Playlist. Das ist ein super Tipp. Ich habe meine Kuschel-Playlist. Das man es hat. Ja, und ich habe, also in der Früh kann es oft sein, dass ich einfach einmal ein Gute-Laune-Lied brauche. Oder auch da muss ich warnen, wo ich einfach dann auch die Musik einschalte und einmal kurz abtanze. Oder am Abend auch wirklich einmal gut, eine ganz ruhige Musik brauche, damit die einfach ankommen. Ich habe mir das auch zugestehen müssen, vor ein paar Jahren, dass ich zu Hause oder dass ich auch unterwegs Musik hören darf. Super. Was ich einfach auch brauche und deswegen sind auch dann so die Playlists entstanden. Aber das ist ein guter Tipp, das sage ich nämlich immer wieder. Nimm dir eine Playlist für Motivation, für Entspannung, weil sonst ist man so, äh, was war das nochmal, das Lied? Wie hieß das? Also ich kann mich nicht immer daran erinnern an den Namen. Genau. Aber deswegen habe ich auch meine Playlist und ich merke, das funktioniert. Ja. Heute habe ich vorbereitet, habe erstmal mein Lieblingslied noch eingeschaltet und gedacht, wuhuuh. Und sofort schwappst du über, das wissen wir eh, durch Studien, bla bla bla, aber das ist ein guter Tipp. Genau. Sich Playlists zu machen zu Hause. Genau, genau. Auch so viele Rituale. Ja, und dank der digitalen Medien ist das wirklich Swipe, Swipe, Swipe. Also mit den CDs hat man sich halt früher zusammengestellt, aber jetzt geht es einfacher. Jetzt geht es einfacher. Und dann drückst du das Herz und du hast das sozusagen in deiner Liste. Sehr cool. Ich danke dir. Ich möchte noch, dass du für mich ein paar Sätze beendest oder zumindest einen. Einfach spontan. Musik ist für mich. Musik ist für mich mein Leben. Dann, wenn du ein Instrument wärst, welches wärst du? Vor ein paar Monaten habe ich mir die gleiche Frage gestellt. Da wäre ich noch eine Querflöte gewesen. Aber ich habe vor kurzem jetzt ein Video gesehen von einer Frau, die eine Trommel, ein Akkordeon, Schellenkranz, ein Waschbrett. Oben am Kopf hat sie auch ein Instrument gehabt. Also so wirklich Perpetuum mobile. Und das möchte ich gern sein, weil ich kann dann jedes Mal, wenn ich das Instrument spielen will, kann ich so, wenn ich mich so fühle, kann ich das spielen. Oder es begleitet mich eigentlich in meinem ganzen Alltag, weil ich bei jedem Schritt, hört man einen Ton. Das ist super. Das ist die Vielfalt. Ein Vielfalt Instrument sozusagen. Das, was du auch aussagst. Genau. Dann danke dir. Möchtest du noch ein Abschlusswort sagen, was dir wichtig ist oder irgendwas, was dir kommt? Dann darfst du das jetzt noch machen? Ohne Musik geht's nicht. Sehr gut. Ja, dann danke dir, dass ich heute hier sein durfte. Und ja, ich freue mich auf bald und danke für deine ganzen Tipps und Tricks. Und kommt auf jeden Fall mal ins Musiwana, wenn ihr in Graz wohnt. Oder ich habe auch gehört, das ist ein Online-Kurs. Schaut's mal vorbei. Gebt's einfach bei Google Musiwana ein. Es lohnt sich. Es ist super. Ich werde es auch noch verlinken. Und ja, danke für deine Zeit. Und ja, danke für deine Zeit. Und ja, danke für deine Zeit.